Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zu einem kleinen neuen Format hier auf diesem Kanal, dass ich Steinwallens Welt taufe. Hintergrund ist es, dass ich schon seit Jahren versuche, irgendwie eine geeignete Plattform zu finden, um News zu vermitteln. News zu History Games und allem, was damit zusammengehört. Vielleicht auch mal ein paar Sachen den Kanal betreffend. Aktuell nutze ich dafür vor allem diesen Community-Tab hier auf der YouTube-Kanalseite. Bin aber nicht so hundertprozentig, ehrlich gesagt, zufrieden mit dieser Variante. Einfach weil YouTube nicht gut daran ist, das auch weiter anzuzeigen. Da profitieren vor allem die Mobile-App-Nutzer. Bei denen funktioniert das gut. Aber die Desktop-Nutzer, die kriegen das, glaube ich, so gut wie gar nicht mit. Und insofern habe ich mir was Neues überlegt und will das in Form von kleinen Videos machen. Das Problem solcher Formate ist es allerdings, dass sie relativ schnell wieder einschlafen, weil häufig der Aufwand dann zu groß ist, wenn man das irgendwie opulent anlegt. Mit Trailer, mit Übergängen, mit Schnitten und Pipapo. All das wird hier nicht stattfinden. Das wird hier quick and dirty produziert werden. Das heißt nicht, dass der Inhalt dementsprechend ist, aber Aufnahmetaste an. Ich erzähle euch sozusagen die Sachen, die mir wichtig erscheinen. Aufnahmetaste aus und dann ist es das gewesen. Ja, und deswegen starten wir auch gleich rein. Und ich wollte euch diese Sache hier zeigen, nämlich Slytherin hat erstmals hier ein Video veröffentlicht. Über eine Stunde geht das, wo sich die Entwickler unterhalten über Panzer Corps 2. Das ja eine Entwicklung ist. Und man kann hier also erstmals bewegtes Gameplay-Material sehen. Das ist wirklich das allererste Mal, dass man das Spiel gewissermaßen live verfolgen kann. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich habe ein bisschen reingeschaut. Ich habe nicht das ganze Video gesehen, aber es macht alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Und auf jeden Fall sieht es so aus, als ob es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis Panzer Corps 2 erscheinen wird. Und darauf freue ich mich schon sehr. Link für dieses Video und auch die anderen Sachen, die ich euch hier noch zeige, findet ihr im Übrigen in der Videobeschreibung. Gehen wir weiter. Ich möchte euch auf einen Artikel auf Zeit Online hinweisen, nämlich einen Gastbeitrag von Lern der Hausmann, dem Filmregisseur, der sich hier als Fan der Erzählweise von Computerspielen outet und hier seine Sicht der Dinge auf eben dieses Thema Erzählen in Games vermittelt. Und das finde ich sehr, sehr interessant, mal aus Sicht des Filmregisseurs das zu erfahren. Kann ich euch nur empfehlen. Diesen Beitrag wird allerdings ein bisschen gespoilert zum Thema Red Hat. Muss man aufpassen. Weiter. Gute Nachrichten für Commandos Fans. Commandos 2, vielleicht der beste Teil der Reihe, kann man sich streiten, hat jetzt eine deutsche Sprachversion bekommen. Auf Steam zumindest. Vorher gab es das, glaube ich, schon für die CD-Version, aber jetzt hat auf Steam die deutsche Sprachversion. Und da scheint so das erste Ergebnis dessen zu sein, dass Kalypso jetzt die Commandos-Reihe besitzt. Ich gehe mal davon aus, dass sie natürlich an einem neuen Trail arbeiten, sonst würden sie das, glaube ich, nicht kaufen. Aber hier schon ein kleiner Effekt davon. Also das Spiel kann man absolut, glaube ich, auch heute noch uneingeschränkt empfehlen. So, im Folgenden jetzt eine kleine Aussicht auf die History Games, die jetzt in den nächsten Wochen, im Mai eigentlich noch alle, erscheinen werden. Nicht alle werden auf dem Kanal eine Rolle spielen, aber genau dafür dient auch dieses News-Format. Sehr, sehr interessant finde ich Plague Tale Innocence, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, spielt in Frankreich des 14. Jahrhunderts, in der Zeit der Pestmann, spielt im Prinzip zwei Kinder, ein Mädchen und seinen kleinen Bruder. Und die fliehen aus einer ganz schwierigen Situation heraus. Es gibt dort Rattenschwärme, die bedrohlich sind, die man aber auch nutzen kann. Es wird kein Spiel sein, wo man groß kämpfen muss, sondern muss irgendwie mit anderen Fähigkeiten versuchen, irgendwie die Situation zu meistern. Vermutlich werde ich das Spiel nicht auf dem Kanal zeigen oder wenn, dann irgendwann mal später oder als Stream oder so. Aber ich möchte auf jeden Fall darauf hinweisen, wird aber sicher auf YouTube massiv gespielt werden. Ich denke, es ist so eine Art The Last of Us im Mittelalter. Mal schauen. Dann natürlich Total War Three Kingdoms am 23. Mai. Das wird auf dem Kanal allerdings aller Voraussicht nach eine größere Rolle spielen. Ich bin schon sehr gespannt, vor allem auf die Verbesserung im Kampagnen-Spiel. Dazu später mehr also. So, dann soll nicht unerwähnt bleiben, dass ein neues Transport- oder Zugmanagement-Spiel rauskommt, nämlich Railroad Corporation von Iceberg Interactive. Allerdings bin ich mir nicht ganz darüber im Klaren. Also, es sieht sehr, 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 sehr stark aus wie Railroad Empire. Fast schon eine freche Kopie. Knüpft aber auch an Railroad Tycoon an, wie es aussieht. Tja, muss man sehen. Ich meinte, für die Fans des Genres, die können, glaube ich, gar nicht genug solche Art Spiele bekommen. Auf jeden Fall werde ich auch einen Blick drauf werfen. Aber es ist erst Early Access. Das heißt, es ist sozusagen kein voller Release. Aber 27. Mai soll es losgehen. Dann haben wir Kingdom Come Deliverance. Und da soll am 28. Mai, wenn ich jetzt das richtig notiert habe, soll der letzte offizielle DLC erscheinen. Und zwar Woman's Lot, wo wir Teresa spielen können. Ich weiß noch nicht, ob ich das direkt mit Release beginnen werde. Aber auf jeden Fall wird natürlich auch dieses DLC auf dem Kanal hier als Let's Play laufen. Das kann ich schon mal ankündigen. So, aber der Mai ist noch nicht zu Ende. Denn es gibt noch mehr. Es gibt ein Spiel, was ich sehr interessant finde. Draugen. Ein Spiel, das in Norwegen in den 20ern spielt. Auch so eine Art Adventure. Wie das genau funktioniert wird, weiß ich noch nicht genau. Ich bin schon sehr gespannt. Man kommt, ja, ihr seht es hier, malerisches kleines Küstendorf. Und ist auf der Suche nach der verschwundenen Schwester. Und vermutlich wird das irgendeinen dunklen Hintergrund haben. Was genau da passieren wird, keine Ahnung. Das allerdings versuche ich zumindest auf dem Kanal anzuspielen. Mal schauen, ob es klappt. So, und damit sind wir bei der Vorschau durch. Ich möchte euch noch auf was anderes hinweisen. Denn es gibt erneut, oder es gab erneut eine Verschiebung von Steel Division 2. Das wird jetzt erst am 20. Juni erscheinen. Wenn es nicht wieder verschoben wird. Da gab es glaube ich schon zweimal in letzter Zeit Verschiebung. Dementsprechend verschiebt sich auch der Gutscheincode. Falls ihr den schon genutzt habt oder nutzen wollt noch hier. Also der ist jetzt bis zum 27.06. gültig bei meinem Keyshop-Partner Gamesplanet. Mit dem Rabatt Stahlweilen gibt es das Spiel insgesamt um 19% vergünstigt. Ihr seht es hier. Link auch dazu zu Gamesplanet, zu Steel Division 2 findet ihr in der Videobeschreibung. Und wer den Link nutzt, unterstützt ihr diesen Kanal. So, das war's. In Zukunft wird das vermutlich nicht immer so lang werden. Ich werde immer warten, bis ich so drei, vier Nachrichten zusammen habe. Und dann wird es eine schnelle neue Folge von Steinwallens Welt geben. Also, bis dahin. Macht's gut. Euer Steinwallen. Vielen Dank. Vielen Dank.